So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, vielleicht geilen Folge von Spider-Man Arkham City. Aha, scheiß Ding, geh mir nicht auf die Nerven, warum greifen die mich jetzt eigentlich an? Habe ich da irgendwas missverstanden? Auf mich ist eine Belohnung ausgesetzt, habe ich das gar richtig verstanden, warum denn das? Was habe ich denn schon wieder gemacht? Oha! Ich dachte, wir kämpfen auf derselben Seite, aber gut, anscheinend nicht. Was ist da für ein Fragezeichen? Was ist da los? Zack! Ja, kommt nur mit eurer scheiß tödlichen Gewalt, macht nur. Ach, der hat mich gar nicht bemerkt? Ja, auch cool. Dann halt so. Mann, getötet? Ich habe doch niemanden getötet. Bist du behindert oder was? Ja, ihr seid übel dran. Von all den Panzerungen habe ich ganz blaue Finger. Ja, du bist ein ganz armer Spidey. Ich laufe jetzt erstmal rum und schlack hier wahrscheinlich ein paar Leute kaputt. Macht nix. Nö, braucht ihr nicht. Auf den Überblick in Midtown, dann erzähle ich dir alles. Bin schon unterwegs. Ist das Octavius? Wah! Zwei seiner Lakaien. Den Doktor suchen wir noch. Zack, jetzt kommt schon. Greif an. Au! Ja, genau das macht mir auch Sorgen. Halt durch. Au! Das hat wehgetan. Warum tut er mir ganz sehr weh? Alter. Ja. Aha. Ist er das? Ist er in Nordshainer Town? Ja. Oh, was war das denn? Nö, bin ich nicht. Du bist korrekt geschlagen. So sieht es aus. Ja. Was ist der gute Kann? So, okay. Gut. Ich mach jetzt einfach mal wieder ein paar Nebenmissionen. Ich weiß nicht, ob die heute dran sind, aber ich mach einfach mal. Weil anscheinend haben wir ganz schön viel zu tun. Boah. Hei, hei, hei. Nebenmissionen. Okay, was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich würd mir jetzt ganz gerne mal... Wir brauchen Herausforderungsmarken. Sehe ich das richtig, ja? Aber das ist eine Basismarke. Führe 10 laut... Äh... Laufreißer durch. Führe 5 lautlose Takedowns aus. Ach. Ach, Luftreißer. Ja, was soll das sein? Weiß ich auch nicht. Okay, wir gucken uns einfach mal das an, weil das kenne ich noch nicht. Das kenne ich ganz einfach noch nicht und ich will wissen, was das ist. Komme gleich. Na, komm schon. Komm schon her. So. Bin auf dem Weg. Polizeiwagen wird angegriffen. Bin schon da. So tauscht man keine Versicherungsdaten aus. Nein, wirklich nicht. Wer auf oder stopp. Der macht den Scherz. Keine nach dem anderen. Ja. Boah. Alter. Was war das denn für ein Blitzangriff? Boah, was? Aus was für einer Entfernung hat der denn bitte geballert? Sag mal, geht's dir noch gut? Okay, das war ja mal nix. Das war ja voll der Überraschungsangriff. Alter Falter. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Okay, da ist ein Scharfschütze. Den sollte ich mir zuerst schnappen. Wie immer halt. Scharfschützen, wissen wir aus Batman, sind besonders gefährlich. Ich muss erst mal wohin, wo der mich garantiert nicht sehen kann. Ja, ihr müsst jetzt alleine klarkommen. Ich denke, ihr seid belagert. Was die Typen in der Zwischenzeit anstellen. Ich erledige das. Ich denke, ihr wurdet belagert von irgendwem. Okay. Da drüben sind noch mehr. Da sind noch mehr von denen. Okay. Von den Scharfschützen. Ja, ja. Ey, ich stecke hier fest. Ey. Geh runter. So. Ja, ja. Ihr seid natürlich die ganz harten Jungs. Wo ist denn jetzt der Scharfschütze? Geh ich wieder. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Okay. Da sollte ich vielleicht nicht hingehen. Wow. Wow. Nein, 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 nein. Geh runter. So. Wo ist er denn? Ich finde den nicht mehr. Der versteckt sich. Der war. Ich habe ihn doch gesehen. Ja, okay. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So, dann schnappe ich mir zuerst den da. Na, komm. Beweg dich halt. Warum? Hä, warum kann ich da nicht rauf? So, dann halt. Dann halt so. Hä? Wer hat mich bemerkt? Jetzt geh doch mal auf die Wand. Wie haben die mich bemerkt? Komische Leute. Okay. Spinne ist wieder getankt. Ganz komische Leute. Wie haben die mich denn jetzt gesehen? Äh. Ja, Spinne. Ja, Spinne. Ja, Spinne. Du bist auch so ein Idiot. Das wollte ich nämlich nicht. So, von hier aus habe ich den Scharfschützen gesehen, ja? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Da oben steht wer. Jetzt geh doch runter, mein Gott. Warum gehst du nicht von der blöden Wand runter? So. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich bin. Ah, da warte ich hin. Ach, da ist er. Bleib so, bleib so, bleib so. Jawohl. Jawohl. Jetzt habe ich dich gefunden. Nee, lieber, lieber so. Ha. Erwischt. Gut. Bleib doch. Oh, da sind ja noch mehr. Äh. Oh. Oh, ja. Ach, verdammt. Ja, ja, finde ich auch. Gut. Macht das, Rick. Haltet Rick nach mir Ausschau. Ihr werdet mich eh nicht mehr finden. Zack. Oh, ja. Jake hat's erwischt. Oh, ja. Jake hat's erwischt. Lieber weg. Das sind ganz schön viele. Dafür, dass das nur der Eingang ist. Ich sehe niemanden. Sonst noch einer da. Nein, oder? Zack. oh ja noch einer weniger alles klar geht ja schon gut los hier leute wie viele sind das ich gebe das risiko ein geschafft oh ja jetzt ist mal wieder fähigkeiten skillen wie viel punkt habe ich dann drei ich brauche zwei geile nimmer sonst habe ich hier nichts mehr was das ach ja nehmen wir mal das einfach so schnell erholung ist jetzt in der move liste zu finden warte wie hießen das was ich da gerade gemacht habe ach so das hört sich so an als wäre das irgendwas mit heilung oh guck mal da ist ja noch jemand oben auf dem dach ist hier ganz gefährlicher bursche herr ein ganz gefährlicher bist du aber nicht gefährlich genug ich krieg dich jetzt so sieht es nämlich aus so jetzt einmal hier bin ich schon nah genug nein komm dann machen wir mal hier so und schon erledigt ja du hast was gehört was hast du denn gehört viele sind es nicht mehr da drüben ist noch ein einzelner immer zuerst die die einzelnen sind zack welle 2 du verlässt die mission nach warum das denn haben die mich entdeckt ich hoffe nicht ob sie dann muss ich einen ganz kurzen moment pause machen hier ist alles so eng zwei meter großer mann muss sich in so einen winzigen raum quetschen so okay ich verlasse die mission ja warum auch immer ich das tue ich weiß gar nicht mal was ist das hier überhaupt was ist das hier für eine mission ist das eine entführung oder was mache ich die haben mich also schon gesehen alles klar warte das wollte ich nicht ich wollte gucken wie heißt das strieflingslager gegen gegner basis okay mal gucken ob ich mich wieder tarnen kann weil die haben mich ja anscheinend gefunden okay kann ich nicht zweite welle ja ganz vergessen gut dann kämpfen wir oh ja oh ja okay alle mann seid nicht zu den neuen ihr kriegt zwei mann fällen ja geil oh ja wow von den raketen brauche ich jetzt anscheinend keine angst mehr zu haben so und jetzt komme ich rüber mein freund ich habe keinen bock mehr auf dich ja nicht deine liga da hast du vollkommen recht mein geld war noch nicht bereit könnt ihr noch mal rausgehen und wieder reinkommen so oh da ist einer das erklärt warum sie viele stützpunkte haben anstatt einem großen nicht über den weg du hast gut reden oh ja ich muss ein bisschen mich bewegen aha aha echt das sehe ich irgendwie anders so jetzt schnapp ich mir das hier was auch immer das ist jetzt mach ich habe heute schon gegessen danke hier so wer will noch so was soll das hört auf mich zu schlagen ich halte dich nicht auf und was habe ich dann gerade getan da kann da wollen aber eine menge typen unbedingt wieder ins gefängnis zurück ja sehe ich genauso boah ja hoffentlich ach ich sehe das irgendwie anders wer noch da kommen sie okay gut ich muss vielleicht äh warte wie macht man das nein nicht hier genau äh anzüge obwohl nein ist vielleicht keine gute idee wenn ich das so mache ich wollte meine anzugkraft wegzahlen um mich zu heilen aber ich denke ich lasse es so 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 wo kommst du denn her mehr wie viele häftlinge kann rikas eigentlich aufnehmen ah verdammt nicht gesehen was er da macht ja hoffentlich boah wo ist er da so wer noch da kommt noch einer macht nix hauptsache das ist weg hu na komm schon oh gott da sind viele aufm weg ja die granate ist mir scheißegal aber dass ihr so viele seid das ist mir nicht egal und wer hat da wieder einen Raketenwerfer einfach fresse halten und schlafen gehen das könnt ihr dagegen machen das könnt ihr dagegen machen so wer will noch du willst noch alles klar ja wer ist der feigling ich bin hier der einzige der wie ein mann kämpft ja ach so so wer mag noch hoch das war knapp fast hätte er mich erwischt es wäre dann ziemlich übel gewesen so wer noch da kommt noch einer gut das ist aber der letzte oder da den mach ich jetzt fertig ja ich wollte auf nummer sicher gehen ja alles klar für den putzdienst sag den leuten hier alter geschafft ja eigentlich doch wie es aussieht für naja ist egal pass zwei basis marken boah eine basis endlich mal beim ersten versuch geschafft geil warte mal achso das sah gerade so aus als würde da jemand im fenster stehen boah wie so ein scheiß geist oder sowas ach mein gott endlich mal eine basis beim ersten versuch geschafft ja geht doch ähm ok hier in dem bereich haben wir tatsächlich nicht mehr so viel zu machen das ist interessant aha ja dann was mach mal mach mal vielleicht hier noch was was ist das hier gleich wieder kampferausforderung ja ich würde sagen Kampf hatten wir jetzt eigentlich schon genug oder hm was gibt es denn noch feines wir könnten uns mal um die nebenquest hier kümmern ist vielleicht eine gute idee machen wir mal das und schwingen jetzt ein bisschen durch die stadt herum durch die neue stadt hui um uns das einfach mal anzusehen ich meine oh gott wir haben heute ganz schön viel zu kämpfen ja schnarchen wa 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 alter in der luft bin ich gefährlicher cool wusste ich nicht das ist ja echt ganz schön nervig Achtung Einheit wir haben ohne Plündernotfallvorräte alle die 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 eine eine erledigt Wie ist die Lage in der Lower East Side? Herr Transporter Foxtrot, verfolgen geflohene Häftlinge. So, noch einer weniger. Zack. Und du bist jetzt auch erledigt. Oh ja, so macht man das. Hä? Was ist da noch? Ach so, ein Fahrzeug. Ja, okay, dann holen wir uns das Fahrzeug. Wenn ich mir die Häftlinge zuerst vornehme, schießen die Sable-Jungs auf mich. Und wenn ich Sable erst versorge, entkommen die Häftlinge. Wenn das nur einmal einfach sein könnte. Ja, ich kümmere mich zuerst um die Häftlinge, kein Problem. So. Ja, ja, kommt nur. Ich hab keine Angst vor euch. Alter. Ich sollte vielleicht Angst vor ihnen haben, hä? Aber vorhin nehm ich noch ein paar von euch mit. Oh ja. Oh ja. Na was, wer will noch? Nix da. So, erledigt. Ja, natürlich widersetze ich mich. Was hast du denn erwartet? War eine lustige Jagd, Leute? Aber wir waren zu Ende. Fast hätten sie mich getötet. Alter, die sind echt stark. Ei, 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 ei. So, was gibt's hier noch zu tun? Ist echt viel geworden. Ah, leck mich am Arsch. Wer zieht da jetzt schon wieder auf mich? Was willst du eigentlich von mir? Alle Save-Typen seid schlimmer als Werbeanrufe. Aber echt mal. So. Zack. Ja, der ist runtergefallen. Da wird kein Arzt mehr helfen. Zack. Sie haben was gelernt. Und zwar leg dich nicht mit Spidey an. Das haben sie gelernt. Jawohl. Ich bin viel zu schnell für euch. Ihr könnt gar nicht auf mich schießen, so schnell bin ich. Boah. Nein, nein, böse. Aua, nein. Oh, leck. Oh, leck. Die Leute hauen echt rein, ey. Ja. Natürlich. Die Häftlinge sind ja am schlimmsten, ne? Na gut, dann bin ich halt wieder mal da. Und helfe. Ich hätte gedacht, dass sie nach dem Ausbruch den Ball flach halten. Nein. Sorry, dass ich den romantischen Abend unterbreche. Ich zeig dir, was du genau machst. Du willst mir zeigen, was du kannst? Das glaube ich irgendwie nicht. Nö. Ich bin wieder hier runter. Okay, bin unten. Die lassen mich gewinnen. Ach so. Das ist Absicht von mir so fett auf die Fresse zu kriegen. Ah ja, ich verstehe. Das macht natürlich Sinn. Au. Ich habe dich getroffen, du Arsch. Zuck. Au. Das wird wehtun. Ja, du hast mir schon wehgetan. Das war echt. Das weiß ich auch nicht, was hier los ist. Nix da. Ach, keine Anzugkraft mehr. Ja, natürlich gewinne ich. Was hast du denn gedacht? Oh ja. Boah. Das war sehr knapp. Das war sehr, sehr verdammt knapp. Hä? Was willst du denn? Geh nach Hause. Hier ist viel zu gefährlich für dich. Die normalen Leute laufen hier rum, als wäre nix. Ah. Gut. Ja, komm. Das machen wir noch. Ja, bin da. Start. Spiderman, ich brauche deine Hilfe. Mein Mitbewohner wird seit der Halloween-Party vermisst. Okay. Wie heißt er? Letzter Aufenthaltsort? Er heißt Carlos. Ich habe ihn per Gesichtserkennung in den sozialen Netzwerken gesucht. Hier, ich schicke dir, was ich gefunden habe. Schlau. Wie heißt du? Philipp Chang. Okay, Phil. Ich werde Carlos finden. Wenn du von anderen Vermissten hörst, sag Bescheid. Okay. Ich muss den Ort auf dem Foto finden. Ha, und wie mache ich das? Also muss es viel südlicher sein. Weit weg von der Universität. Wahrscheinlich das Finanzviertel. Okay. Und wie komme ich da hin? Äh. 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 Wo soll denn hier das Finanzviertel sein? Bei Eastside? Kein Plan. Ah. Warte. Was war das? Nein. Nein. Finanzviertel hier. Okay. Dann gehen wir zum Finanzviertel. Ganz schön viel Action jetzt auf einmal. Und der pennt wieder. Ja. Hat sonst keine Zeit zum Schlafen der Arme, ne? Okay. Ich muss den Ort auf dem Foto finden. Philipp. Ich mache mich auf den Weg zum Aufnahmeort. Von wann ist es? Von vor einer halben Stunde. Cool Heuristik. Hast du den Gesichtstracker selbst entwickelt? Das ist meine Abschlussarbeit. Ich hoffe, ich kriege damit einen Job. Wenn das funktioniert, schreibe ich dir eine Empfehlung. Alles klar. So. Bäume am Wasser. Das Gebäude steht vielleicht an einem Park. Wo ist denn die Freiheitsstatue? Die sehe ich von hier wahrscheinlich nicht, oder? In einem Park. Park. Oh Gott. Jetzt soll ich den etwa selber finden, oder was? Das sieht nach Park aus. Gehen wir mal. Oder hier. Das ist Park und Namen Wasser. Also gehen wir mal da hin. Gehen wir einfach mal da hin. Wir finden den schon irgendwie, irgendwann. Irgendwo. Aber selber? Das ist ganz schön hart, finde ich. Also für mich zumindest. Dass ich den jetzt selber finden muss. Ich muss selber irgendwas machen. Wie ekelhaft. Gut. Wir müssen den jetzt also irgendwie auswendig machen. Wie soll das gehen? Selbst wenn ich jetzt hier am richtigen Ort bin. Wie hat er sich das vorgestellt? Ach so. Die Studenten benehmen sich wie die auf der Halloween-Party. Lee muss sie verdorben haben. Natürlich. Lee ist am allen schuld. Ja komm. Ich greife einfach an. Das sind ja keine besonders starken Gegner. Also von daher kann man das schon machen. Au. Ich sag noch, die sind nicht besonders stark. Und dann sowas. Das Feuer breitet sich aus. Ich muss das beenden. Was für ein Feuer. Ich hab kein Feuer gesehen. Adio. Guten Tag. Jawohl. Und noch einer weniger. Sehr gut. Das war der letzte. Fertig war es doch schon. Was ist passiert? Alles war gut und dann... Nur noch Wut. Ich konnte nicht klar denken. Das ist jetzt vorbei. Aber lieber mal eine Weile kein Internet. Hm. Natürlich. Das Internet ist schuld. Hab ich den Typen jetzt gefunden? Oder... Es war das der? Ich hab ihn nicht erkannt. Kann gut sein, dass der das war. Äh... Ja, was kann man denn noch machen? Mal gucken. Ähm... Pfff. Ah. Das Foto kann ich machen. Genau. Ui. Jups. Ja. Ich bin das Schlimmste hier. So. Das wollte ich noch machen. Okay. Oh ja. Schön. Ein wärmendes Lagerfeuer. Hier bin ich unter meinen Kameraden. Oh. Cooler Adler. Cool. Steht da was drauf? Ne. Leider nicht. Oh. Dann kann er mich besser ankacken. Ich krieg ihm in den Arsch. Nein? Okay. Ähm. Dann würde ich mal sagen... Reicht das für diese Folge schon wieder? Ich hoffe mal wieder, dass ihr sehr viel Spaß hattet. Und dass mir jemand übersetzen kann, was hier steht. Warte. Achso. Das sind Namen. Ah. So. Ja gut. Ähm. Dann. Hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir in Spider-Man wahrscheinlich ganz viel kämpfen werden. Hä? Was willst du denn von mir? Du bist mein Held. Ja man. Wenigstens einer. Ja. Nein. Das muss ich nicht hinterfragen. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Ciao.